Feuer! Boah, zerpflückt die Sau! Oh, nochmal Rakete! Boom! Der war schnell feierabend, gleich den nächsten. Oh, jetzt hat mich schon wieder diese komische Pistole getroffen, glaube ich. Ich muss trotzdem den nächsten anwählen, schnell! Nächste Cobra hier, irgendwas! Ich hab noch nicht eine losgemacht. Näh! Ich bin voll hier, mitten in der Mitte, das ist gar nicht gesund. Oh! Ja, Mann! Und meine auch! Rumpf noch bei 60 Prozent! Zack, und Rakete! Und null Prozent! Okay, dann ist das weg! Machen wir mal eine Schildzellenbank rein! Lass das Ziel anwählen! Ja! Und wieder rein da! Und wieder rein da! Scheiß Igel ist doch kein Problem! Tod! Nächster bitte! Paul! Nächste Cobra! Cobra! Cobra ist abgehauen! Ich komme jetzt zu dir! Wen hast du? Ich kann es ja gleich sehen, ich sehe es! Halide! Halide! Ich geh jetzt auch auf die Dings! Was? Echt? Ich wollte jetzt auch mit auf den drauf! Okay! Ja, ich geh rauf hin! Ich zieh den ab! Geh auf deine Schilde! Vielleicht kannst du es nochmal aufladen! Bisschen Feuerunterstützung! Und kommst du nochmal in den Angriff rein? Nein! Sein Dings ist weg! Vier Schild hat aktiviert! Oh! Meine sind auch weg! Nee doch! Düppel raus! 88% hat er! Oh! Polizei ist jetzt auch da! Bleib! Geh! Bleib noch! Bleib noch! Glaub mir! Geh nur in Sicherheit! Schilde deaktiviert! Die Polizei ist jetzt auch da! Ich hab jetzt auch... Ich hab jetzt auch... 67% hat er noch! Ah, seine schöne Laden auch wieder! Aber er ist glaube ich auch der letzte! Wo ist der Hund? Ich find die nicht! Okay, seine Schilde sind... Nimm den, den ich habe! Oh Gott! Oh oh! Der hat meine Scheibe zerschossen! Kabine durchbrauchen! Atmosphärenauswahl! Atmosphärenauswahl! Das war es jetzt für mich! Oh! Ich hab ihn so weit runter! Ich kämpfe jetzt einfach weiter! Druckalarm! Wo ist der Hund? Und... Ich hätte mal doch erst die Cobra nehmen sollen! Scheiße! Einfach weiter kämpfen! Ich kann auch nicht mehr ansiedeln! Ich hab ja keine Dings... Keine Scheibe! Kann auch nicht schießen! Scheiße! Leute! Das ist mir noch nicht passiert! Oh! Ich muss ein anderes Glas kaufen! Ich hätte die Cobra essen! Dann hätten wir es geschafft! Ich werde sterben jetzt leider! Es ist so! Wie lange halten denn eigentlich für mein Dings? Vielleicht schaffe ich es noch zu einer Station! Hab es noch nie ausprobiert! Ja! Die Polizei! Deswegen sage ich ja! Bleib noch! Wir sind jetzt in Überzahl! Ja! Ich bin jetzt im Super Cruise ohne Scheibe! Ich brauche jetzt eine Station! Vielleicht schaffe ich es noch irgendwo hin! Sinclair City 22.000! Ich weiß es! Ich habe keine Ahnung! Ich werde ihn halt nur schwer atmen! Ich habe... Ich kann auch nicht anvisieren richtig! Ich finde die Station nicht! Ich sehe die Station auch nicht! Ich habe mal... ... Aktiv! ... Aber jetzt gehen die Schilder wieder am wenigsten! Jetzt... Doch... Ne! Ich kann es halt nicht sehen! Ich fliege halt ins leere! Kabin-Alarm! Wie viel Zeit ist noch? Ich habe keine Ahnung, wie lange das Lebensverhaltungssystem noch seinen Zweck erfüllt. Ich fliege aber blind. Ich weiß halt nicht, wann ich da... Sauerstoff in zweieinhalb Minuten, okay. Ich sehe jetzt unten nichts. Oh, jetzt nehme ich mal ein bisschen Schwimmigkeit raus. Ich habe noch eine Minute 40. Ich habe nur unten links die Systeme. Ich sehe halt, wie weit ich weg bin. Aber ich habe keinen gelben Punkt vorne. Ja, anderthalb Minuten schaffe ich nicht bis zur Landung. Ich wüsste auch wahrscheinlich gar nicht, wo. Wieso habe ich mir das... Ist immer noch keine Skalierung zu erkennen. Das wird er wahrscheinlich gar nicht machen. Hast du den Dings, den NavLink aus? Ne, das macht er halt damit nichts zu tun, oder? Sivi, wie weit ist die Entfernung? Äh, wie weit muss man... Sein 700 Kilometer oder 700 Lichtsekunden? Oder was war denn das? Damit ich rausspringen muss. Wenn die Station... Ich sehe sie ja nicht. Oh. Scheiße. Die 1000 Meilen? 1000 Meilen. Ja, da muss ich noch ran. 30 Sekunden. Ach, da zeigt er mir die Entfernung. Oh, ist das bitter, Alter. Wäre ich nicht schaffen. Ey, das ich das mal sagen würde. Lebenshaltung kann auch verbessert, so wie es aussieht. Letzten 10 Sekunden. Oh, man hätte es schaffen können. Ich hätte vorher reagieren müssen. Kabinendruck-Alarm. Kabinendruck-Alarm. Sauerstoff-Leer. Warnung. Sauerstoff-Leer. Boom.